Wir steigen ein auf 2 Euro, Cleopatra's Crone. Ich glaube, ob hier irgendetwas passiert. Oder noch passiert. Bisher war er eigentlich nicht übel. Ich habe so ein Gefühl, wenn er nochmal reingeht, ein bis zwei Mal, dann kommt er noch in eine Messe. Dann hat er jetzt drei schlechte Messen gemacht, ne? Zwei. Sechs und acht Euro. Und? Ne, zweimal nur noch? Zweimal, ja. Komm, Baby. Jawohl. Mach und Chuck. Zwei. 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 War schon viel zu viel. Normalerweise nur vier Euro. Jetzt gibt er durch drei acht Euro. Kann sein. Aber kann auch sein, dass er jetzt wieder gut geht. Ja, müsste eigentlich jetzt mal was kommen, naja. Aber die Weiber kommen nicht mehr. Ey. Zoller. Oh. Wunderschön. Ja, alles. Tück mal ganz kurz drauf. Da wegen Buchen. Ein flatterer Mann. Ein Käfer. Ja, ein Käfer. Ja. Ich bin schon mega zufrieden. Ja. Schon. Komm jetzt. Baby. Jawohl. Ein flatterer Mann. Der Geier. Das macht der, glaub ich, was. Schmeißt der die Hunde voll. Oh, Katzen. Hat er hier für ein Jammer ist. Leopatis. Klar. Fast voll. Hehehe. Ja. Da haben wir da. Die Idee ist, ne? Ja. Dann weiter gehen sie aber. Ja, jetzt haben wir vorne. Ja, jetzt haben wir keinen originalen Hund. Das wäre gut gewesen, ne? 100. Drei Vollbilder. Oder zwei oder was weiß ich. Zwei und vier, wenn ich oben sehe. Komm, Baby. Mach doch nicht sowas hier. Warte mal die Scheiße. Mach doch eher sowas. Ja. Ja, voll. Wunderbar. So soll es sein. So ist es auch mal verdient. Aber längst überfällig. Aber mega überfällig. Aber mega überfällig. Klar. Wunderbar. 80. Fühl mal da. Ja, klar. Komm. Der sah gut aus. Zwei Volle habe ich schon gesehen, ne? Schade. Ja, klar. Auf jeden Fall. 198. Kann man mitarbeiten. Da geht der jetzt direkt nochmal rein und macht noch einen guten Lauf. Oder jetzt kommen jetzt mal wieder seine zwei, drei, vier Assi-Wäufe. Wenn er denn überhaupt rein geht. Ja, ja. Er ist ja jetzt schon 15 Mal drin gewesen oder was. Locker, ja. Diep, diep. Brrrr. Jetzt aber eine schnelle Öffnung hinterher wäre gut. So maximal bis 350. Aber da gar nicht erst runter gehen. Direkt nach oben. Ja, gut. Da hast du dich best empfangen. Da musst du mal ein, zwei Bildchen zugeben. Mal 30, 50 Euro hier. Der macht jetzt wieder Hacken-Checker-Automaten drüben. Immer. Tchinn, 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 tchinn. Ja, du musst jetzt mal wieder in diese Zweierphase kommen, wo der zwei Skater zeigt. Der hat schon wieder neun Minuten Pause, ey. Bucht der zwei Uhr rüber, macht er wieder neun Minuten Pause, ey. War schon was das gerade. Ja, nur damit ich hier weiter Gas gebe, der Arsch, ey. Dafür muss es jetzt ne Öffnung geben. Kann ich leider nix dran ändern. Ist ja ein bisschen Zeit überbrücken hier. Komm, Junge, mach hier keine Geier-Touren. Mach keine Geier-Touren, lass ich dir gesagt sein. Ja, warte, die Geier-Touren. Ja, aber jetzt müssen wir ja wieder öfters zwei zeigen. Augenmeter. Ja, genau das. Ich hab wieder 60 runtergefressen. Ja. Also 60 Euro für 2 Euro ist ja nix, ey. Ich hab 6 Euro auf 20 Cent, ey. Ist ja nix. Ja, so alte Bilder. Was denn öfters kommen? Komm, Schätzelein. Okay. Klar. Habe ich mir doch gesagt sein lassen. Klar. Ich hab unter den 3,50. Ich dachte ja, so ungefähr, ne? Aber die Frage ist, was wirft der jetzt? Entweder macht der jetzt den roten Kracher, oder bleibt wieder hängen mit 6, 8 Euro. Lass ich dir gesagt sein. Okay. Start bis da. Jetzt weg zwei Stück. Klar wär ich auch mit einer zufrieden erst mal. Hauptsache ich komm hier weiter. Klar. Ich soll nicht leben bleiben. Was denn du da hier? Ja, ja. So eine 6,8 Euro Geschichte wieder. Klar, weil ich wieder bespannt werde. Klar. Vom Rollstuhl. Ne, scheiße. Ja. Ja, Dankeschön. Danke. Klar brauch ich jetzt Glück. Jetzt brauchst du ein Doppelglück. Da ist dann einfach Glück. Da oben drüber, die dreckst du auch. Ja. Für ein Doppelglück. Oh, übrigens mal 400. Nehmen wir mal. Ja, voll. Ja, voll. Da kam der noch auf Bestellung. Klar. Ja, voll. Da kam der noch auf Bestellung. Klar. Okay. Kommen wir mal. Ah, klar. Jetzt beim Auge wieder ein Hund. Ja, aber der macht momentan Auffall. Ich komm nie zum Auge durch, ne? Ja, einmal eben. Mit einem Spiel. Wenn er nicht eben diese komische Konstellation gemacht hätte. Ach, scheiße. Schade. Na egal. overhe. 118 Papp Chinesens. Na gut. Ja gut. Auf jeden Fall ein Plus wieder. Nach ewigen Wochen mal wieder. Dreck wieder drin. Das wär zu geil. Klar. Das ist nicht geil, schade. Heute aber. Tschüüüüüüüüüüüüüß Die dofe Lache gerade für uns Abrند Aber das Spiel istärker Du kommst echt oft rein Ja näht's schon ein shower Guter Anfang Komm weiter Liebelein. Liebelein. Was ist denn durch, Jan? Ganz drauf geachtet. Jetzt aber. Jetzt möchte er nicht. Ich mach gleich Schluss, wenn er jetzt nicht kommt, die gute Alter. Das wird ja auch nicht verzürfelt. Hoch den Rock und rein in den Flock. Logisch. Aber jetzt komm. Ach doch, doppelt. Da hängst du noch ein bisschen klein dran. Überlebungsgeld und weiter. Zwei Vierer, ok. Drei Vierer. Ne, zwei Vierer. Klar, was soll der Scheiß? Haben wir nicht bestellt. Fuck. Komm, du Sau. Klar. Ja, ok. Jetzt regt schnell wieder reingehen. Kann man nicht meckern. 78 Eier. Setze ich die Welt auf 2 Euro. Aber ja gut, wenn ja die Häufigkeit und schnell reingeht, dann geht das alles nicht. Klar, regt wieder rein. Muss. Auf jeden Fall. Dann kannst du auch mal die Klauzen filmen. Hier liegt sowieso jetzt gerade hier drüber nach dem Gyros-Fong rein. Wenn er jetzt noch mal bis 4.50 reingehen würde. Oder jetzt wäre natürlich auch nett. Klar. Jetzt müsste aber mal ein richtiger Ballermann kommen. Bis zum Auge. So ein 2-300er oder? 400er mal. So, dass du mal bis zum Auge kommst oder was? Weißt du? Klar. Jetzt kommt noch eine Verlängerung. Die kamen auch gar nicht. Ja. Pff. Nein. Das wäre doch ein Totentanz. Das wäre doch ein Totentanz. Scheiße. Nein. Tu mir das doch nicht an hier. Ja. Schon 7 Euro. Nein. Leider Gottes. Das wird eine Drecksrunde. Scheiße, Mann. Oh, nicht eine einzige. Oh. Oh. Guck mal hier. Und dann nicht mehr. Oh Gott. Alter Drecksau. Na ja. Jetzt kommt man. Wahrscheinlich geht danach noch mal rein. Und gibt wieder eine Drecksrunde. Schade. Verleg mal. Was für Möglichkeiten. Du kommst immer mit 2 Euro ein Spezia Maximum, Alter. Weißt du? Naja. Da ... 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 Jetzt kommt man erstmal wieder Faxen. Lass es dir gesagt sein. Oh, du lässt es dir ja nicht gesagt sein. Klar. Jeden Meter, Junge. Hey, bestell mal eben 2 Cola, Alter. Ich bin hier voll am ... Lass auf deine ... Ich hab nichts mehr. Ja, bestell, das ergibt sich der gleiche. Laufhören zu jammern, ey. Mach einen hier für mich. Ach so, warum spielt der denn von alleine? Auch Autostacht macht der jetzt. Wegen drei Stunden läuft der von alleine jetzt. Wie? Ich kann nichts mehr machen. Autostacht, der macht jetzt die dritte Stunde, der Assi. Ach so. Scheiße, ey. Du baust dich nicht so runter, wenn jetzt nichts mehr kommt. Ja. Ja, macht jetzt einen richtigen Brecher. Und macht dann komplett Tilt. Oder der lässt sich gesagt sein, weißt du? Der lässt sich aber gesagt sein. Ja, ja. Scheiße, was ein Absturz, ey. Schade. Jetzt kann es sein, wenn der noch mal ein, zwei mal rein geht, dass der mal wieder so ein 2-300er hat. Was ist denn das mit? Nei, nein, nein, kann ich jetzt nicht mehr spielen, oder was? Nächste Ausspielung. Ja, sonst soll ich abgehen. So, ja. Morgen. Ja, Leute, wir filmen euch jetzt einfach mal mit, damit ihr auch mal seht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, oder nicht. Wir gucken uns einfach mal, was passiert. Ich hab noch nichts gesehen davon. Ich glaub, der bucht jetzt nur rüber und dann schmeißt der raus. Du kannst jetzt gar nicht mehr zocken, glaube ich. Aha. Weil das jetzt so ist wie bei den Novos. Okay. Ja, scheiße. Das lief denn so gut und dann so halt. Ja, gut. Danke dir, ne. Danke schön. Ja, Leute, wie man sehen kann. Schade, ey. Ich hätte gern weiter gespielt, ey. Haut rein, Leute. Viel Spaß mit dem Video, Mann. Danke schön. Danke schön.